Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Fußballplatz von Rottenstein und gleichzeitig der Landeplatz vom Radschberg. Hier der Fußballplatz, der Blick Richtung Süden, hier Richtung Westen und etwas nordwestlich, da ist der Startplatz vom Radschberg und hier sieht man direkt auf die Kante, die man dann anfliegt, wenn man oben raus gestartet ist, diese Felsenkante, da kann man sich oft richtig gut halten und auch Höhe machen, Sorren und thermischen Anschluss finden. Hier am Landeplatz, man sieht hier drüben den Windsack, der Wind kommt meist, wie jetzt auch der Windsack das anzeigt, hier aus Richtung Osten oder aus Richtung Süden und ja, entweder landet man hier am Radschberg oben wieder ein, das geht oft sehr gut, oder wenn man hier zum Landen reinkommt, dann wird hier auf der Nordseite des Landeplatzes die Höhe abgebaut und nach ein paar Schlaufen kommt man dann meistens hier vom Nordwesten herein auf diesen schönen Fußballplatz. Abbauplatz ist dann da vorne bei der Straße. Und dann geht's dann mit der Räste. Vielen Dank.